Gerhard Zinner Gedächtnisturnier von CFO dem Unteraspach bei Fürth Nürnberg. 2014 Herrn A-Klasse Ferdinand Kislinger gegen Reinhard Steinbecher, beide vom Gastgebendenverein CFO dem Unteraspach. Ferdinand meint, ich bräuchte einen Schläger. Eine Idee, die mir gar nicht so abwegig erscheint. Oh man! Oh, you do that! Oh, you do that! Thank you, Harry. Thank you, Harry. Thank you, Harry. What you doing? Oh my gosh, he got that come. Oh your.. Oh, my gosh. All right. Oh my gosh. Applaus 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 Die bin ich ganz schön. Die bin ich. Die bin ich. Stimmt was nicht, entweder zähl ich falsch oder zähl ich überhaupt nicht, oder... Wer hat denn die Ersten? Ich bin fertig. Oh, das ist richtig, ja? Ja, das ist doch was genauer. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1.